Hallo Leute und herzlich willkommen zu Rippertektar. Hallöchen. Drop the bass. Ähm nein. Hast du überhaupt Musik angemacht? Ja natürlich. Achso, ich hab gedacht, das hast du vergessen. Wie käme ich dazu? Hä? Muss ich doch nicht. Ich wollte, achso jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte, siehst du? Das Hexenhaus muss jetzt später dran glauben Das muss ich später konfigurieren Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen was bauen Von wegen Schaltung Damit ich die Zuckerrohr-Farm abschalten kann auch Weil wir haben einfach zu viel Zuckerrohr produziert Und ich will nicht, dass uns die Black Coaches Irgendwann wirklich voll läuft Das ist nämlich unlustig Und deswegen baue ich hier dahinter jetzt eine Schaltung Damit wir das Ganze auch abschalten können Es wäre gut, wenn wir das von oben und von unten machen könnten Oder? Was war nochmal Korpus? Deine Mutter Nein, war sie nicht Ich weiß es nicht Was war das? Ein Wignis Haben wir Clay? Ach, das war das Wir sollten wir theoretisch haben, ja Lass mal aus dem Cheap-Modus raus hier Also Verstallung ist Du Jetta ist Red Alloy Okay, Alloy Okay, Alloy Clay Haben wir 2000 Na ja, ist ja wenig Ist ja wenig Ist ja wenig Immer verlangen Immer verlangen Oh, mein Handy ist an Noch Nicht mal lautlos noch hier So, los So Lautlos Aber wir können ja direkt hier Bricks Requitten Haben wir ja da Kann man Zombies mit Eiern töten? Höchstwahrscheinlich Clay könnten wir eigentlich auch automatisch schmelzen Ich wüsste nicht, dass man den Oh, mein Sonnenaufgang sieht richtig geil aus in diesem Texture Pack Ja, was hast du denn für den Texture Pack? Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Ich weiß nicht, ist das dasselbe, was du hast? Wie heißt es denn? Äh, dieses Zortex-Modell? Nicht mal hier in die Ecke Zack Zack Und hier hinter müssten doch auch Kabel langgehen, wenn ich mich nicht Ganz, öh Oder nicht? Ich habe hier noch keine Kabel gelegt, what the fuck? So ein Scheiß Das müssen wir nachholen Das heißt, wir brauchen mehr Glas, Wasser, Kabel, Gas, Wasser Ah, hier haben wir ja noch welche Äh, ich muss ein paar Kabel legen noch Das heißt, wir dürfen hier wieder alles aufreißen Das wird ja lustig Wird's das? Wahrscheinlich, ja So, alles aufreißen Alle Kabel neu legen Ich war der Meinung, ich habe da hinten schon welche gelegt Aber, na gut, wir müssen sie ja eh austauschen Weil hier sind noch die alten Kupferkabel Telekom bleibt und so weiter Hey, hörst du was gegen die Telekom? Ja 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 Egnis Luchs 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 Aha Luchs Luchs Wenn du mal was Produktives machen würdest und nicht nur zaubern, aber Mach ich doch Kann man ja nicht aus Das ist doch produktiv Jetzt kann ich uns die Nitor Dinger da herstellen Diese Lampen Wow, das ist eine der ersten Zaubereien, die man da lernen sollte Nö Hab ich nicht grad So Nö, hab ich nicht grad so Aha Ich verstehe Ich verstehe Du weißt was ich mein Ja Du weißt was ich mein Ok Ok Kru Kribbel Was war das denn nochmal Kru 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 Ja Mach man Mach man den Gott Ich weiß es grad gar nicht Ja von oben da dran Ich will dir nicht hin Die Lampen hier ist Unnötig Ich glaub wenn ich den hier hin baue geht alles in Flammen auf Ich glaube auch Hahaha Ich wills nicht hoffen Ich setz einfach mal Cobblestone da unter Ich setz da einfach mal Cobblestone unter und dann geht der scheiß Ja und mit Cobblestone wird das Leben gut Oh ich hasse es, dass wir kein Glas haben, ne? Das kotzt mich an, hab ich das schon mal erwähnt? Wir haben noch Glas Ja aber so wenig Ach hier Braucht man eine Lava oder eine Feuerquelle für Ja Spricht dich aus mein Sohn Gott sprachlos Mach man den so Na Cool drin Danke Oh ja Da macht man den tatsächlich So viel Glasfaserkabel Aaaaaah Hochkübel Irgendwie wiederholt sich die Pläne Hast du Hast du Hast du Hab ich Nein Nein Ach man kann die ja Ja doch Okay Okay Ähm Hast du nen Lavaeimer für mich? Äh ich persönlich jetzt nicht, ne? Haben wir nen Lavaeimer? Ich müsste mal unter den Kabeln drunter durchgehen können, so ein Wartungstunnel oder sowas Ich glaub jetzt wird das passieren Ich mach Wartungstunnel, ich ähm Jetzt, jetzt geht's los Jetzt rass dich vor Es wird das passieren, was ich mir eigentlich geschworen hab nie zu tun Was denn? Du wirst YOLO sagen? Stell mal Minecraft auf Deutsch Oh Gott Nein Stell mal Minecraft auf Deutsch Was denn Deutsch Nein das funktioniert hier nicht Das ist ein Wunder, Alter Das funktioniert hier nicht Äh Jetzt will ich schon mal Deutsch einstellen Hahaha Wenn du hier Deutsch einstellst, kommt dauernd unnamed auf irgendwelchen Items Dann hast du ein richtiges Problem Aaaaaa Aaaaaa Ich weiß grad nicht mehr, was Eimer heißt So sind ich, wie weit bin ich denn jetzt hier runter, die sagen Okay, soweit Ich baue hier grad Wartungstunnel und solche Grafen Leg ich mir jetzt mal ein Eimer Wieso, was wolltest du denn wissen? Weißt du nicht noch, was Eimer auf Englisch heißt oder was? Jetzt weiß Äh Mein Gott, was? Wie macht man denn noch mal ein Eimer? Mit drei Eisen Achja, ich hab mir Minecraft zusammen gebastelt Bucket Stimmt ja? So wie der Sir Aaaaah bin ich dumm Ein bisschen So hier unten muss alles aus Stein, alles aus gutem deutschen Stein gemacht werden Ich glaub ich werd gleich abkratzen Nei Gips Ne da Ähm Da hab ich schon das Stirn von den Gastigen Gast Mhm das muss alles weg hier das muss alles neu du bist nicht hitler denkt daran nein dass ich mache hier gerade alles schön und neu und das wollte hitler auch machen nein da wollte alles unstillen und neu machen das ist ein unterschied alle schön machen diese schluchten stein und hier drunter muss natürlich auch alles kann man auch schon länger machen dass ich hier wirklich auch mal wenn irgendwas ist damit dann ja mal drunter gehen kann nur mal gucken kann was da los ist ich glaube ich habe einen mega leck das connect einfach mal das server leckt nicht das ist ein gerücht jetzt wird kein stein mehr toll es komme ich denn hier dann eigentlich raus wir müssten irgendwie den ausweg bauen bei der zuckerrohr fahren hier vielleicht nicht gehen jetzt da durch da durchgehe ist wie geil ist das denn man kann auch essen durchs portal schmeißen die jahr kann man man kann da alles durchschmeißen auch dich ppp ppp p ppp pp mal äh nachbarn reden hört man alter bin ich dumm alter bin ich dumm ganz ehrlich sagt dass ich dumm bin hast du denn dauer wie macht man sich ein verschissenes feuerzeug ein flint brauche ich ja noch du bist einfach einfach flipps dumm nein dumm ich habe das im auge wie komme ich hier verdammt nochmal raus was war denn dass ich kinder hast ddb 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 dd bd ddb 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 so mal gucken ob das haus jetzt abbeiblept jahr ich mag nicht mein fenster zu vor parko nun ulu an und jetzt geht's wenn die boot up ich glaube nicht Ich hoffe die Bude bringt echt ab, dann hast du keine Arbeit mehr. Äh, ja doch. Wär doch auch irgendwie witzig, oder? Bisschen. Wenn die Bude abbrannt? Bisschen. Meine Bude kann nicht abbringen. Ist ja nicht deine Bude. Durchs, durchs Portal. Hä? Warum ist das Feuer darunter jetzt aus? Was hast du denn für ein Portal, hä? Da muss wirklich Laber hin, oder? So. Blubber, blubber. Blubber, blubber. Blubber, blubber. Ah! Oh, Lava. Alles dicht. Lava. Don't cripple about you. Lava. Da, 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 da. Könnt ihr theoretisch hier oben nach so nem... Oh, ne, so... Doch, von hinten könnte man das auch mal finden. Könnten wir, ne? Doch, könnten wir. Ich weiß, könnte. Bist du gerade im Nether? So, wollen wir erstmal alles neu machen. Nein, ich bin... ...in meinem Keller und baue Wartungstunnel und so weiter. Und damit ich endlich mal ein bisschen mehr Platz hab. Wollen wir... ...gleich eigentlich noch Eta aufnehmen? Und du wolltest mir irgendwas fragen? Ja, zum Eta dann, aber... Niche. Echt, das ist ja doof. Achso. Ich glaub, du wolltest mich jetzt was fragen. Echt? Ich frag doch keiner. Meine Mama schon. Deine Mama ist ja auch cool. Dankeschön. Dankeschön. Die Geschichte um Fips, meine Mutter, das wird nie enden. Doch, wenn ich ausziehe. Nein, selbst dann wird sie noch... Oh, sieht das geil. ...wird dich verfolgen, dein Leben lang. Natürlich. Natürlich, klar wird sie das. Wird sie. Sie ist halt meine Mutter. Wird sie, ne? Ich weiß. Ähm. Ich glaub, ich werd gleich sterben. Stone Slap! Ja. Ich glaub, ich werd gleich sterben. Echt jetzt? Haben wir's geschafft? Wenn ich reloge. Ah. Nein. Geschafft. Was war denn? Äh. Auf einmal sind keine Chunks hier hinten geladen. Wie weit bist du weg? 1000? 1000 wieviel Meter? Ich? Ne, gar nicht. 900 irgendwas, ne? Ne, das ist zu Hause. Das zu Hause. Das merkwürdige Gedanken. Das zu Hause. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so ne Kacke. Mit dem Zaun. Higness. Wie viel brauch ich? 6 Lux. Äh. Wir machen das hier anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, mit Glas Coffern. Genau. So grenzen wir das hier. 2 hat das. Okay. Genau. 2 hat das. 2 davon. 1, 2. Dann wird das hier ja auch endlich mal ein bisschen... Potenzier. Benutzt du grad meinen Zaubertisch? Äh. Nein. Soll ich auch nicht hoffen. Was soll ich mit deinem Zaubertisch? Lass nämlich nur für coole Menschen. Wir haben nicht mal einen Zaubertisch. Ich denke du wirst dann. Den solltest du eigentlich mal umbauen zu den Büchern, damit wir mal höher verzaubern können. Habe ich einen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Neetraw hergestellt. Jetzt gucke ich wegen dir nach, ob ich einen Zaubertisch habe. Wenn das stimmt, dann behalte ich ihn. Das tust du eh nicht. Doch. Klipp und klar. Und ich habe einen. Ich habe wieder das Fleisch weggetan, Alter. Ich kriege hier noch ein... Kind. Kollaps? A Kollapsch? Ähm... Hier... Wo ist denn die Scheißsäge? Hier ist die Scheißsäge. Okay. hat er es auch gesungen nein 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 das kann nicht wahr sein einfach sagen wir nicht dass es dir bereit warum jetzt steht hier die tür auf nein ja knall doch lauter die tür vom auto zu hat gehört ich hoffe das hat man nicht gehört hat man natürlich ich weiß das ist doch beschissen hier und ein holzblock pfahl ist kacke was für ein holzblock pfahl da wo der zaubertisch eigentlich stehen drauf sollte draufstehen sollte ja das ist nur noch mal das level 30 ach so ich hab gedacht der soll da drauf man mann mann musst du alles kompliziert heutzutage echt ja so kann man es lassen allerdings müssen wir jetzt haben wir jetzt immer noch nicht unser problem gelöst und die folge ist vorbei ich habe hier eigentlich jetzt schon wieder überlänge und lampen müssen ja auch hin aber scheiße das brennt ja noch gar nicht au 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 jetzt jetzt und wir machen die folge zu ende jetzt und in der nächsten folge schaffe ich dann hoffentlich mehr und krieg das dann hier endlich mal gebacken damit wir das hier an und ausschalten können wir sehen so in der nächsten wieder bis dann haut rein macht's gut auf wiedersehen tschüss